Wir sind die Fliesen Eichhorn GmbH aus Verden an der Aller. Dies sind unsere Mitarbeiter, mein Geschäftspartner Hermann Mayer und ich bin der Fliesenleger Meister Uwe vom Westen. Unseren Betrieb gibt es seit 1953. Wir führen ihn in der dritten Generation. Wir bieten ihnen erstklassige Fliesen- und Natursteinarbeiten an. Unsere Einsatzgebiete reichen von Verden bis Hannover, Bremen und Hamburg. Als ausbildender Betrieb beschäftigen wir nur ausgebildetes Fachpersonen. Wir führen eine kostenlose Planung und Beratung vor Ort durch und arbeiten mit seriösen Betrieben anderer Gewerke Hand in Hand zusammen. Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn Sie Qualität und Zuverlässigkeit sowie eine zügige und termingerechte Ausführung bei Neubau, Renovierung oder auch bei größeren Objekten suchen. Fliesen Eichhorn – Qualität und Zuverlässigkeit Fliesen Eichhorn 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 Eichhorn